Kann man noch irgendwas anderes cooles? Ich habe eben im Chat gelesen, wenn man eine Boombox kauft, gehen die Slimes böse ab. Oh, du hast sie ja wirklich geholt. Wo ist sie hin? Ich bin unten. Hier ist eine Gesackkasse. Oh, hier drüben ist ein Monster. Hier ist ein Monster, aber guckt mal. Hier ist ein Monster, Monster. Monster, Monster. Hier. Ein Monsterbeat. Das wäre so witzig. Was denn? Ich bin euren Scheiß, Alter. Ist das so cool, oder? Da kommt unser Geld heraus. Ah, da kommt der Viech. Ich mache Musik, ihr habt das. Wieso nimmt er die Leiter mit, what the fuck? Schlag die, wir haben nichts zum Schlagen. Ja, was machst du jetzt? Nix. Ja, ich will die Leiter wieder haben. Ich versuche eigentlich, die Leiter wieder zu... Also, ich kann den weglocken. Ich kann den mit einem Monsterbeat weglocken und dann... Normalerweise sind die auch gar nicht böse. Die klauen nur die Items. Oh! Oh, ich habe mich ausgesperrt. Get fucked. Was willst du da? Er kann Türen aufmachen. Ich melde, er kann Türen aufmachen. Ach, der will Metall haben. Ah, deswegen. Deswegen beschützt er das. Und deswegen ist er auch immer wieder... Der geht immer wieder zurück dahin. Warte mal. Okay, ich bin da. Oh, 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 du blutest. Oh Gott, du blutest. Oh mein Gott, du blutest böse. Wir müssen nach Hause. Wir müssen, wir müssen dich verarzt. Oh nein, it's the time of the month again, guys. Oh Gott, oh nein. Ich habe die Leiter schon. Ich lade auf jeden Fall einmal kurz in meine Batterie. Kann meine Boombox auch leer gehen? Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Also gehen wir jetzt Ashley wieder rein. Lass einfach gehen. Lass ihn einfach hier lassen. Ja, machen wir. Oh. 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 Du bist viel größer als ein Haus. Und du stinkst wie eine kleine Maus. Oh. Uh. Ich habe... ...hummeln im Arsch. Denn... Ich bin am... Hallo, die Musik. Denn ich bin am Arsch. Oh. Ähm. Das ist... ...gar nicht... ...ein Rotbarsch. Auf ganz vielen Items sitze ich hier gerade. Wenn ich nicht durch eine Kurve fahre, dann auf einer Gerade. Uh. Wir gehen es nicht so gut. Denn... Wieso ist die Tür aufgegangen? Was rein ist hier? Uh. Gut. Die Scheiße kannst du knicken. Scheiße kannst du knicken. Ah. Scheiße. Kannst du. Knicken. Äh. Nein, 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 nein. Ey. Äh. Da war ein Lustknacker. Äh. Wenn du Tür öffn. Oh. Okay. Leute. Ich habe gerade all unser Geld ausgegeben. Für einen krassen Planeten. Er muss raus. Komm, nein. Er kommt wieder raus. Okay. Er kommt wieder raus. Er überventiliert gerade. Ich habe einen krassen Planeten gekauft. Ja. Ich habe einen krassen Planeten. Okay. Gehau. Bro. Hast du das überhaupt schon angemeldet? Oh. Shit. Das ist er. Das ist er. Du bist wise. Okay. Ihr müsst den Lampen folgen, Freunde. Okay? Am besten. Warte mal. Laden, 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 Laden. Ach ja. Habt ihr noch eine Taschenlampe übrig? Nee. Okay. Warte. Tim lädt noch. Ah ne. Tim kauft eine Taschenlampe. Tim kauft eine Taschenlampe. Nee, nee. Nix vorgehen hier. Okay. Also es sind hier 22 Objekte im Wert von 2200. Boah. Ah. Hier liegt der Zeich. Schön. Na dann rein. Ah. Ist schon ein bisschen assi, dass er vorgerannt ist. Ja. Ich habe schon richtig gelootet hier. Richtig Big Baba Loot hier bekommen. Du Einzelgänger, du. Ja, Mann. Ey, wenn ihr den Schleim seht, bitte sagt Bescheid. Okay. Geräusch. Oh mein Gott. Hier ist die Sackgasse. Oh. Tim hört schon Voices oder so? Ja, ich höre Voices ey, wirklich. Ah! Was? Ähm. Was ist los? Alles okay? Wer war das? Ah! Lukas. Alles okay. Oh mein Gott, der hat nicht getown-boardet. Oben ist nichts. Ja, oben ist nichts. Och Mann. Also hast du uns für den ganzen Spaß weggenommen, willst du, will ich basically sagen, ja? Massert hier, für die Haare, das ist gut. Der Dyson. Oh! Kannst du auch anmachen. Kann ich da mit Monster weit pusten oder? Ja, mach mal an. Oh. Let's hören. Wenn sie nichts hört. Hä? Das kann aber nicht sein, dann sind alles Sackgassen. Ich bault! Damit hier sind 22 Gegenstände da sind, ja. Ja, hier rechts müsste, hier müsste ganz viel sein. Oh, ich hab was. Oh nein, der Nussknacker, der Nussknacker. Haben wir eine Schaufel? Nö. Haben wir eine Schaufel? Wir haben eine Boombox. Scheiße, ich höre die Boombox da. Ja, die müssen wir hier nachher. Hier ist nichts. Doch, hier ist was. Wo ist Mazar? Da ist Mazar. Oh mein Gott. Da ist der Nussknacker, wo wir hin müssen. Hier ist der Nussknacker, Mazar. Ich hab Föhn! Ich höre noch ein anderes Monster. Psch, psch, psch. Da kommt der Nussknacker. Oh mein Gott, oh mein Gott, er kommt, er kommt. Er ist genau hinter der Wand, Mazar. Willst du ihm einmal Hallo sagen? Föhn, den jetzt an. Ach, da ist er. Der checkt gar nichts. Ist der blöd. Ey, du NPC! Oh mein Gott, Lukas macht die Kassenstimmung. Und jetzt gehen wir alles zusammen auf ihn auf. Herzlich willkommen zu den Tagesnachrichten. Der hat eine Waffe! Alle zahlen, ohne Gewinn. Führ den weg! Ah, das ist eine Sackgasse! Warum? Geht er weg, kommt er raus, kommt er raus! Der mag das! Das ist nicht der Nussknacker, das ist doch was anderes. Du musst rennen, du musst rennen. Das ist das Ding, was dich auflädt, weißt du? Was macht das, wenn er fertig ist? Das rennt dir hinterher. Gehen wir jetzt? Also, ich fand das interessant. Ist es der Tod? Ja, wahrscheinlich. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, wir haben uns das verloren. Du kannst ja mal gucken, warum Masat noch lebt. Oh, die können auch rauskommen Ja, die können auch rauskommen Ja, sammeln wir sie ein nicht wirklich, oder? Weil draußen ist Viech und Leute, wir f***en das niemals Wieso, uns fehlen nur 160 Was? Bei mir zeigt er nur 118 an 190 zeigt er bei mir an Ja, dann probieren wir mal Ja, 160 ist mal Bei mir zeigt er 118 an Dann scannt ihr nicht alles Also von dieser Jack in the Box wurdest du getötet, oder? Nee, von einem Zombie Was ist denn ein Zombie? Egal Achso, du hast die Maske aufgesetzt Oder was? Nein, nein, nein Nein, nein Nein, da kam ein Typ, der verhext war Achso Okay Ja gut Zuerst hier oben, oder was? Man? Oh mein Gott, was ist das für ein langer Gang? Hm Hier ist ein Gang ins Nichts Hier ist ein Gang ins Nichts Der ist rechts reingegangen unten Da war nichts War für euch was? Nee Nee Oh nein Oh Warte, warte, hier irgendwo Geschenk Ich habe ein Geschenk Oh Parfum Parfum Was für ein? Parfum Parfum Hier rechts um die Ecke macht was Geräusche, ne? Ja, da ist mein Kamin Achso, hier ist ein Kamin Quack 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 Tim versucht mit uns zu kommunizieren Wie denn? Oh, am Boden liegt was Oh, ein Schild Oh, ein Schild Ein Schild Ein Bild Sorry Tim, was wolltest du sagen? Ich habe einfach gesagt, der Oberbereich ist super groß Aber hier ist ja fast kein Average Average Oh, hier ist richtig viel Loot Hier ist ein Telefon Telefon, Telefon Mazat, ich habe ein Skin gefunden Hä? Nein, bitte nicht Warum denn? Ach Das ist der letzte Tag, denn Du musst aufmachen Mazat Hier die Tür Achso Mein Chat auch Nein, tu es nicht Ihr bleibt jetzt hier drin, ja? Ciao Tschüss Wir brauchen immer noch mehr Loot Kleiner hat das jetzt die ganze Zeit? Oh mein Gott Nur wenn du es in der Hand hast Ich habe sie in der Hand, aber ich höre es trotzdem Ja, ich auch Ja, so leicht im Lager Ja, so leicht im Lager Haben wir hier schon? Die Tür hier ist auch Da liegt was Wo? Ein Lollipop Oh Oh, die ist auch ein Loch Kann ich da mit jemandem schlagen? Ne, leider nicht Nein, warum willst du jemand damit schlagen? Oh, hier ist was? Naja, das war der Kamin Ach, Mann, Alter Oh, 160 Stück Spinne, 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 Spinne Spinne, da hinten Oh Dann schnell weg Ja, aber Wohin? Wir brauchen den Schlüssel Oh, da, da kommt sie Ja, da ist er Weißt du wie es weg geht? Hat Lukas noch den Spinnefilter drin? Ja, klar Ja, ja Oh Was siehst du anstatt einer Spinne eigentlich? Das Error-Wort einfach nur Oh mein Gott Wer schreit da? Da hat irgendjemand geschrien Oh, das ist an meinem Telefon Das Telefon, ja Ja Hallo Hier ist der Ausgang Wie ist denn von Ich glaube 190 haben wir, oder? Hallo, wir sind von Interpol und sie haben 30.000 Euro Rechnung Leg mal hin hier auf Boden Interpol Oh Haben wir genug? Oh ja, wir haben recht viel Ach du Scheiße Ja, easy Oh Renn, 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 renn Oh fuck Ich bin tot Nein, wir sind beide tot Okay, wir müssen beide unser Maul halten und versuchen noch alles zu kriegen Oh Gott Oh Gott Das Gebiss hat Lärm gemacht, ne? Und weil wir nicht zusammengeblieben sind, ja Ah, ja Wie unlucky Krip Das war's, Freunde Das war's We are so dead Ich geb denen alles, was wir haben Ja, ich heb direkt wieder ab Nein, 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 nein Warte, ich geb denen alles, was wir haben hier Was gibt Lukas ab? Alles Die Leiter Alles, was wir haben Ich war die ganze Zeit jetzt schon wieder Alles gut Das wird genug wert sein Das wird genug wert sein Was soll die Scheiße jetzt? Komm her Wow Ja, danke